ja zweite skyblock aufnahme in der sich michael in einem baum versteckt nein aber der arme baum heute haben wir sehr viel vor und zwar wollen wir die farm noch ein bisschen weiter ausbauen wir brauchen wir gehen holz farmen der onkel wird unser wunderschönes haus ach so wer ist überhaupt dabei genau der platte dann haben wir da den onkel trunk und da den lieben mich ja leider hat mojang mal wieder probleme mit den skinservern das heißt sie sind nackig haben nur ihren schönen steve an das hier ist unser neues lagerhaus was der onkel gebaut hat was mein lager nein nicht schon wieder hat jemand koppeln ja hier ganzen ganze koppelfarm voll und was habt ihr gerade alle bei euch am tisch stehen ich glaube der kopf darf darf ich mich schlagen habe ich habe zwei ich habe gerade zwei holz extra gemacht ja und du bist sehr intelligent ja du weißt ja wie man ja indem man die äxte nimmt und wiedersehen hört sich auch einfach in den ofen stecken können als brennmaterial ja oder den anderen geben wie nicht solche cheater sind er ihr habt alle wird die hast du koppelst du koppelst du kui und niemals unterschieden nicht mich ja nicht kann ich aber gerne wie ein minimum lohn sklave dort hinstellen und kommen das hat man gerade das bling gehört bei mir aber wunderschön bei der ofen ist fertig das das tost ist gar was machst du dir post mit käse oder bei mir ist eine scheibe ananas dazwischen ich habe bei mir eine heiße schokolade ich habe so einen hunger tut uns ein bisschen leid wenn ich das schöne lager vom onkel ist man kann durchs fenster fassen und kommt dann so ziemlich alles zu machen wo sind eine kraft etwas fast wie in der bodenstrengung aussehen naja egal oh gott gottes namen mell misbrauchen bitte meinen namen nicht denkt daran wir dürfen nicht alles voll mit setzlingen machen wir brauchen ja auch noch ein gras wir haben fackeln da ist das gras safe mein gott was bist du für eine kamera er ist ja schon wieder mit mir angefragt maxel wolltest du nicht noch mal die kiste durchsortieren oder so ja werde ich gleich mal tun was haben wir denn jetzt gerade noch so wir brauchen kabel auf jeden fall ja ich hab da noch schon mal aua 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 toll du hast meine hacke kaputt gemacht jetzt davon kann man hier oben jemand den schnee weg machen bitte hä was bitte habt ihr auch nie mehr mann da ist immer noch das naja wisst schon ja wie kommt man denn auf das dach von dir hier vorne sie sind zweimal dran vorbeigegangen ja sauber springen ich hab meine sender distance mal auf short gestellt damit man den boden nicht sieht schock 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 das ist wie in minecraft let's play folge 114 da sind wir auch nur am schneeschirm verdammt guter ist die schaufeln halten heute auch nichts mehr aus keine qualität steinhacke mit wir haben eine zweite schaufel vor der nase weggeklaut k aber ich bringe dir selbstverständlich eine hacke mit schock ja x darfst du überhaupt schon kaffee trinken nein das war der spruch an dem peppy sagen über den kaffee wenn der noch kaffee trinken würde kennt ihr henni aus über die hecke ja ab durch die hecke nein der imax zink gerade heiße schokolade frisch aus der kaffee machine oh gott ich verbau mich hier nur noch ich brauch bitte schnell eine spitzhacke ich bin schon unterwegs ich komm schon ich komm schon spitzhacken notinfusion ist auf dem weg nach oben komm her mich hat's voll drauf voll drauf lecker micha stirb du kommel nein nicht rein hey das funktioniert dann brauch ich nur in mich rein zu brütteln sammelst du den auch auf oder verbrennt der gleich ich glaub der verbrennt jedesmal ja so gut wie immer verbrennt der ich weiß auch nicht woran das liegt ne ich sammle den sogar auf trotz verbrennungs sound ich glaub ich verbrennen verbrennt du doch der verbrennung sound kommt davon dass die lava auf das wasser trifft jetzt will ich mal testen kann ich dir das rausschmeißen dass du das draußen bekommen den kabel ja den hier den schaut ihn euch an wie er drin steht das ist effektiv effektiv das eigentlich will ich nur im imax hauen aber jedes mal kommt ein cobblestone dazwischen das ist sowas ärgerliches das erbte blutiger woher die waren in der kiste auf der sand in in der 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 Nein, Micha, wir müssen davor den Holzblock machen und warten, bis der Blitz einschlägt. Nein, wir können auch Laura dagegen setzen. Ist ja langweilig. Oh, oh, oh. Kennt ihr, kennt ihr, ähm, Herr der Ringe? Die Szene mit dem, mit der Festung am Berg? Wo der Ork Richtung Bombe rennt mit der Fackel in der Hand? Oh, ja. Schade, dass mein Skin nicht an ist. Oh Gott. Oh, scheiße, scheiße. Kann sich mal irgendwer den Bucket schnappen? Nicht die Lava. Die bekommen wir doch nie wieder da rein. Ein Stern. Rein ist leichter als raus. Das gilt natürlich nur in begrenzendem Maß. Kommt darauf an, wie gut geschmiert ist. Richtig. Einex? Einex ist auch relativ und relativ ist ein sehbarer Begriff. Einex, nur mal auf Holz zu hacken, das ist gerade nicht so sinnvoll, weil wir noch drei Stacks haben. Ja, und ich auch nicht. Sag mal, willst du mich verkackern? Was? Verkackern. Onkel, komm mal raus. Bitte. Micha? Hm? Würdest du mir assistieren? Ich bin unterwegs. So, jetzt bringe ich mal, das ist Lager. Zack, zack. So, ich schlag den Block weg und du holst die Lava raus. Juh. Achtung, Achtung, Achtung. Soll ich ein Steinschwerter machen? Jetzt komm mit. Ja, mach mal ruhig. Für jeden? Ja, mach mal ruhig. Michael, könntest du aufhören im Brot? Achso, wer, wer das? Das ist, äh, verloren worden. Apropos Essen. Hunger. Du weißt ja, was du zu tun hast mit der Lava, ne? Warte, das müssen wir doch filmen. Das muss doch ins Video. Aua! Naja, und wenn es dann nicht funktioniert? Ja, dann ist wurscht. Dann ist es feinlich. Dann müssen die Leute das nicht sehen. Wir können das lieber, äh, ach nee, können wir gar nicht. Wisst ihr eigentlich, dass jetzt das Neta-Portal da, wo es ist, fixiert ist? Und wir es dann nicht direkt bewegen können. Egal, was wir auch versuchen. Hier, eure Schwerter. Ähm, was wollte ich denn jetzt hier? Ach ja, Hunger. So. Und ich würde sagen an dieser Stelle, wer mit ins Neta will, schaut wieder in der nächsten Folge vorbei. Und... Viel gerissen haben wir die Folge ja nicht. Äh, aber wir haben uns schon mal auf die Neta vorbereitet. Das gehört auch dazu, Onkel. Super, wir haben was gegessen. Achso. Oh, 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 oh. Oh, halt! Wir müssen es hier mal kurz noch verschönern. Warum hast du das da weggemacht? Weil ich kann. So. Oh nein, dann kann jemand ganz schnell die Fackel da wieder hinmachen. Mama! Oh, oh, oh. Micha hat sie. Da musst du mir die Finger ablecken. Oh, ja, eh. So, aber an dieser Stelle bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss. Tschüss.